Getauschte Zeit Vor kurzem hat mich jemand gefragt, warum ich eigentlich immer dieselben Klamotten trage. Er wolle mich ja nicht als Öko abstempeln oder als Penner. Er möge keine Vorurteile und er sei auch nicht so der Öko-Kenner. Aber er beobachte das nun schon ein paar Wochen, mindestens 50 Tage. Und da kreise in seinem Kopf nur noch die Frage, ob ich bloß dies eine zum Anziehen habe und das bei Nacht unterm Tage trage. Ob ich meine Klamotten überhaupt waschend hätte, wenn ich ja nur das eine hätte. Ich dachte, okay, dazu sollte ich mal schnell und ganz offiziell Stellung beziehen. Also die Leute, manchmal begreife ich sie echt sowas von gar nicht. Wenn sie sagen, Zeit ist Geld, dann frage ich mich, in was für einer verdrehten Welt lebt ihr denn? Es ist genau andersrum. Geld ist Zeit. Um Geld zu bekommen, erbe, spendable Eltern oder Vermögenszinsen mal ausgenommen, musst du etwas tun, etwas schaffen. Und das kostet dich Zeit. Es reicht auch nicht Klugheit oder Schönheit allein. Willst du ein Model sein, musst du erst mal an die Modeljobs rankommen. Erst die Arbeit, dann das Einkommen. Also habe ich einen Beschluss gefasst. Denn ich sagte mir, alles Geld, das du hast, oder das du im Kaufrausch, irgendwann ausgegeben, das hast du mal getauscht. Gegen Zeit. Ein Stück Leben. Ich habe nachgerechnet und mir gedacht, wenn ein menschlicher Körper so um die 40.000 Tage mitmacht, naja, das geht nur, wenn ich über 100 Jahre alt werden kann. Und beim Durchschnittsbürger fangen ja schon mit 60, ach, was sage ich, mit 40 fangen da schon die Altersbeschwerden an. Sagen wir 80 Jahre mal 365 Tage. Heißt, dass ich 29.200 Tage leben kann. Nur 29.200, da falle ich schon um und habe noch kaum was getan. Also wenn ich künftig was kaufen will, rechne ich nicht mehr in Geld, sondern in Zeit. Seitdem lebe ich in Sparsamkeit. Denn 29.200 Tage, das finde ich echt nicht viel. Jedenfalls funktioniert meine Rechnung folgendermaßen. Ein Beispiel. Wenn ich so durch die Straßen laufe, einen hübschen Pulli sehe und denke, den kauf. Ich mir einen Blick auf den Preis. 10 Euro klingt wenig. Aber ich weiß, ich verdiene 5,50 Euro die Stunde im Callcenter in der Hotline. Also lasse ich den Pulli lieber Pulli sein. Der kostet mich sonst zwei Stunden Lebenszeit. Was ich in zwei Stunden alles machen kann. Da kann ich wahrscheinlich selber einen ganzen Pulli stricken, wenn ich lustig bin. Im Callcenter der großen Telefongesellschaft halte ich nur irgendwelche armen Leute hin. Jedenfalls ist das keine Zeit, von der ich sagen kann, ich war glücklich oder ich hab was getan für die Menschheit. Im Grunde habe ich diese Zeit bloß abgesessen. Um mein Geld ranzukommen, um Miete zu zahlen und essen. Von zwei Stunden Lebenszeiten Pulli erstehen? An Kaufhäusern kann ich nur noch fröhlich vorbeigehen. Außerdem, wenn man mal noch tiefer in die Materie hineingeht. Wenn der Pulli nur 10 Euro kostet, wurde der vermutlich in Bangladesch genäht. Von Menschen, die sieben Tage die Woche, 14 Stunden am Tag. Ihre Lebenszeit mit was verbringen, das sicher jeder von uns gerne machen mag. Deren Tätigkeit macht wahnsinnig Spaß und fördert die soziale Entwicklung der Menschen, überhaupt die Mitmenschlichkeit ungemein. Ist so kreativ, abwechslungsreich und gut bezahlt wie in meiner Hotline. Das heißt, ich kaufe mir jetzt mit meiner weggeworfenen Lebenszeit einen Pulli hergestellt von Menschen mit deren weggeworfene Lebenszeit? Glaubt ihr immer noch, Zeit ist Geld? Ich denke eher, Geld ist Zeit. Und trage nur noch einen Pulli. Den hier. Schön bunt, gemütlich weit. Und ja, ich wasche den auch. Ich stinke nie. Und wenn mir der eine Pulli zu langweilig wird, schmeiß ich ne Tauschparty. Wo wir mit Freunden tauschen, Klamotten und Ideen, Spiele spielen und zwei Stunden Lebenszeit rasend, aber glückserfüllt vergehen. Schon klar, dass ich sowas wie mit dem einen Pulli bloß als Studentin bringen kann. In ner Bank stellt mich so keiner an. Muss ich wohl weiterhin auch im Bio-Supermarkt für 8 Euro die Stunde jobben. Dort tragen wir sowieso alle diese Roben. Mit Logo drauf. Da fällt man immer selber Pulli keinem auf. Und auch die immer selbe Hose und... Ja, ich oute mich. Auch die immer selbe Unterwäsche trage ich täglich. Ich wasche Höschen und Socken, abends mit der Hand. Am nächsten Tag ist alles trocken und ich ziehe wieder dasselbe an. Ihr findet, das ist maßlos übertrieben? Habe ich anfangs auch gedacht. Aber als ich auf meiner Rucksacktour durch Schwarzafrika gesehen habe, dass das dort fast jeder macht, habe ich nur noch gelacht. Wer lebt hier übertrieben? Aber hey, es geht mehr um meine Lebenszeit und gar nicht um Moral. Denn Geld ist nun mal Zeit. Und für mich wäre es ne Qual, Geld für Dinge auszugeben, für die ich so teuer bezahle. Nämlich mit meinem und mit eurem Leben. Aber hey, jeder von uns hat ja die Wahl. Das war Getauschte Zeit Geschrieben und gesprochen von Alma Mayer-Ernst Unter der Regie von Philipp Spohnbiel ... ... ... ... ...